Rameda stattet jetzt ihren Land Rover Range Rover 4 mit einer Anhängerkupplung aus. Der Komplettsatz beinhaltet die Zugvorrichtung und den passenden Elektrosatz dazu. Der abnehmbare Kugelkopf wird von unten nach oben in die Aufnahme gesteckt und verriegelt automatisch. Das System ist mit den beiliegenden Schlüsseln abschließbar. Die maximale Anhängelast beträgt 3500 kg bei einem D-Wert von 16,6 kN. Der Kugelkopf ist für eine Stützlast von bis zu 200 kg ausgelegt. Die 13-polige Steckdose liefert auf Pin 9 Dauerstrom und auf Pin 10 Ladestrom. Geliefert wird eine vorkonfektionierte Steckdose. Das Paket kommt mit einem fahrzeugspezifischen Elektrosatz für Ihr Fahrzeug. Die Steckdosenhalterung ist fest mit dem Rahmen verbunden. Die Blinküberwachung erfolgt über eine zusätzliche Kontrollleuchte. Eine Abschaltung der Einparkhilfe erfolgt automatisch. Die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug wird durch den E-Satz deaktiviert. Nach der Montage ist eine Fahrzeugkodierung notwendig. Abnehmbare Anhängerkupplungen haben meist keinerlei Einfluss auf die Optik Ihres Fahrzeuges, da diese bei Nichtgebrauch abgenommen werden. Bei Fahrzeugen mit einer Einparkhilfe sollte man jedoch aus technischen Gründen zu dieser Variante greifen. Bestellen Sie dieses Komplettpaket zum Festpreis und lassen Sie die Ware direkt an einen unserer vielen Montage-Points in ganz Deutschland liefern.